Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge mit mir zusammen. Ich habe ein wenig vorgearbeitet und zwar habe ich, gehen wir mal schnell hin, dass ihr seht und ihr glaubt erstmal die Bäume hier, die Gummibäume, die wo nichts abgeworfen haben, alle abgerissen und dann mit den Setzlingen neu gepflanzt. Ihr seht es hier, ich hoffe, dass sie kommen. Ich könnte sie natürlich schon schnell hoch machen mit Baumil, aber das lassen wir mal für sich laufen. Dann bin ich hier ums Eck gegangen und dann könnt ihr da drüben sehen, hier das Stück, hier habe ich überall Sand abgebaut und habe die Steine und den Sand schon mal in der Zwischenzeit brennen gelassen. Und da hat sich jetzt auch ein Bäumchen auf die Schnelle, wo wir gerade weg waren hier. Ist da wieder eins gewachsen. Gucken wir mal schnell, ob da Gummi vorhanden wäre. Nein, leider auch nicht. Naja, hier wachsen die irgendwie nicht. Ich hoffe, dass das nicht damit zusammenhängt, dass die normalerweise im Sumpf stehen. Da drüben haben wir ja auch noch ein paar Stück. Mal hinlaufen und schauen, ob die vielleicht Gummi haben. Okay, was wollte ich heute mit euch unternehmen? Ich wollte heute unten, na geht zu, unten im Schacht mal langsam anfangen, den Fahrstuhl nach oben zu bauen. Dann habe ich noch ein klein wenig Koper mir gemacht. Das ist Zinn. Und was ich dabei total vergessen habe, ist Eisen. Ja, Eisen haben wir nicht. Da hier brennt das Glas noch, das restliche. Und auch nochmal Glas. Das, jawohl, weil wir da ja einiges brauchen, kann man eigentlich mit dem Koper auch, ich weiß das gar nicht, ob das dann auch kaputt geht. Keine Ahnung, mal gucken, ob das geht. Nein, es geht nicht. Hätte ich den Tipp bloß vorher gehabt, damit man nämlich, man kann nämlich mit dem Koper ganz einfach auch, äh, kann man nicht. Pickaxe machen, oder ist das mit Kupfer, jetzt habe ich den Fehler gemacht. Oh, oh, naja, mal schauen mit, was ich denn am günstigsten dann mir, meine Pickaxe, jetzt habe ich gemeint, jetzt kann ich mir mein Werkzeug mit Koper, oder ist das Zinn, Zinnwerkzeug, kann ich mal ausprobieren. Ah, das war das Falsche. Hier, mit Zinn, kann ich mit Zinn mehr Werkzeug machen? Nein, auch nicht. War das doch nicht richtig, das mit dem Werkzeughersteller. Ah, naja, egal. Schmeißen wir das da wieder rein. Werkbank nehmen wir mal mit für Steinchen. Da will ich aber gleich, äh, zack, zack und zack, da machen wir uns gleich mal, eins, zwei, drei Stacks von den, also fast drei Stacks von den normalen und das Glas nehmen wir auch hier rum. Und dann gehen wir mal runter und fangen an. Ich brauche dringend Eisen und im Punkt Eisen ist mir, ich habe jedes Mal die ganze Zeit verzählt, ja, und jetzt haben wir wieder Eisen und hin wieder Eisen. Ja, Pfeifedeckel, erst mal einen Schluck, einen Schluck, äh, Eisen gefunden, das war überhaupt nicht so. Wir haben überhaupt kein Eisen, also die meiste Zeit Eisen gefunden, weil die Texturen, die wo ich die ganze Zeit verwendet habe, erst mal da drum rum gucken, wieso fährst du nicht ganz nach unten, oder sind wir ganz unten? Äh, hä? Doch, wir sind unten, das ist schon richtig, jetzt, total neben der Kappe, hier brauche ich noch Stein, so, hier kommt der Stein rein, hier, nein, hier kommt kein Stein rein, hier sehen wir jetzt richtiges Eisen, ne, das ist nicht Eisen, das ist, äh, Redstone. Und das Redstone holen wir uns gleich raus, weil Redstone brauchen wir jede Menge, und das hier ist Emerol oder was das ist, und das können wir auf alle Fälle benutzen, ne, die lassen wir da, tun wir lieber das Essen auf die Seite legen, so, und dich da unten möchte ich auf alle Fälle auch noch. So, so, zack, 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 zumachen. Hm, ich Idiot. Nein, ich hätte doch was mit runternehmen sollen. Nehmen wir das da, eins, zwei. Das war der Fahrstuhl. Du kommst weg, und du kommst auch mal weg, dann gehen wir da hoch. Du kommst hier hin, das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg, das kommt auch weg, und das kommt auch weg. So, einmal weg, zwei, drei, vier. Hier kommst du. Und hier machen wir das auf alle Fälle raus, weil ich nicht weiß, ob wir an das Lapislazuli nochmal rankommen oder nicht. Zack. Und jetzt sehen wir da aber doch ein bisschen mehr. So. Eins, zwei, drei. Dann kann da niemand mehr spawnen. Eins, zwei. Die Wände lasse ich hier hinten drum mit Stein. Ja, hätte man gar nicht so wegmachen brauchen, da ja der Stein erst ab hier kommt und hier unten das Wurst isst. Eins, zwei. Hoppdi hopp, wieso kommt denn jetzt schon wieder keine Musik? Mal auf den Kopfhörer drücken. Ich will einfach nicht starten. Dann hoffen wir mal, damit ich nicht aus dem Spiel gehen muss. Muss mal erscheinen, ich hab normalerweise... Hä? Hey, Freundchen, wo kommst denn du her? Schießt der von da oben da auf mich runter? Da könnte ja jeder kommen. So. Hier unten haben wir gesagt, das ist der Ausgang hier oben. Die Leiter haben wir so rum gemacht. Also die geht hier runter. Hier haben wir die Stockwerke. Hier möchten wir einen Ausgang. Also wird hier ein Ausgang kommen. Hat da schon wieder jemand auf uns geschossen? Nö. So, das ist der Boden. Zack, 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 zack. Ach, scheiße, Baut. Ja, ja. Ja, ja. So. Hier kommt der Ausgang. In den Fahrstuhlschacht. Hier wird wieder zugemacht. Aber hier kommt Stein hin. So. Machen wir hier mal Stein. Und jetzt... Kommt... Glas. Das Glas kommt normal... Normalerweise so hoch. Muss ich mir bloß überlegen, ob ich da fancy Texturen nehme. Oder aber... Oder aber... Oder aber... Das anders mache. So. Hier hinten kommt... Alt nicht... Nein, jetzt war das schöne Glas kaputt. Hier kommt so. Drei. Drei. So. Wie gesagt, hier geht es so raus. Dann kommt hier... Die... Fahrstuhlschiebetür hin. Jawohl. Fahrstuhlschiebetür. Dann wird das hier auf alle Fälle so gemacht. Hier kommt nichts. Aber hier kommt dafür... Dann... Das hier... Hoch. Und hier... Kommt... Nichts. Okay. Lass mich mal überlegen kurz. Ich kann an diesem Stockwerk... Na, ich sage es einmal, was ich vorhabe. Ich möchte die Beleuchtung das mal so machen. Deswegen ist es hier hinten drin hohl. Ich möchte hier hinten rechts und links Lava das mal von oben bis nach unten durchlaufen lassen. Und jetzt bin ich gerade beim Überlegen. Bei den Fahrstühleingängen ist es ja jedes Mal so. Ich glaube, ich muss es drei hoch machen. Drei hoch möchte ich es machen. Dann hört das Lava hier oben auf. Drei hoch. Drei hoch Türen. Ich mache halt immer Fahrstuhltüren, die wo drei hoch sind. Und nicht nur zwei, weil es mir nicht gefällt. Weil es dann jedes Mal komisch aussieht. So. Das wäre normalerweise dann jetzt... Das Stockwerk... Das Stockwerk... Jetzt ist die Überlegung, ob ich das Stockwerk so machen soll, dass ich dann unten rum jedes Mal... Ich glaube, das werde ich auch machen. Das heißt, das Stockwerk hier oben... So. Wird dann so kommen, dass wir hier einen Rand mit Stein machen. Und dann muss hier Lava rein. Das heißt, ich brauche jetzt unbedingt Eisen, weil ich keine Eisen mehr habe. Und ich habe die Texturen, damit ich es einfach schneller finde, geändert. Und das seht ihr schon hier. Das ist das Eisen, das Neue. Das habe ich mir selber geändert, weil der Nutti-Brot das Eisen einfach so ähnlich gemacht hat wie das Kupfer. Also so war die Farbe. Und ich dachte immer, ich baue Eisen ab. Dabei war es gar kein Eisen. Und jetzt kann ich das ganz gut sehen, was Eisen ist und was andere Materialien sind. So, was ist das da dritten? Ist das Eisen oder ist das auch... Redstone. Mal hingehen. Ich glaube, das ist Redstone. Da ist irgendwo ein Schleim. Den brauche ich auch. Gerade deswegen... Aus dem Grunde... Nein, die Lava wollte ich eigentlich aufheben. Weil ich sie benötige für den Fahrstuhl. Ja, da wird garantiert auch noch was sein da hinten. Aber da gehen wir mal jetzt nicht hin. Haben wir hier oben noch irgendwo ein Bröckelchen? Oder habe ich... Ach, da sind wir dabei. Kohle. So, tun wir da mal Kohle nehmen. Damit wir ein paar Fackelchen noch haben. Fertig. Und das lassen wir mal hängen. Weil da können wir uns von unten dann hier hochbauen. In das Eck da hinten. Was haben wir da noch drin? Stein. So, wir haben jetzt... Äh... Ein Problem. Ein Problem, dass ich hier jedes Mal raufkommen muss. Damit ich eigentlich weiterarbeiten kann. Ich kann hier keine Lava, weil ich unbedingt eigentlich... Ach, scheiß die... Sorry. Sicht man nicht. Ich möchte... Mich hier mal kurz durcharbeiten. Noch eins vor. So. Und jetzt gehen wir... Provisorisch mal hier hinten. So. Damit ich von oben weiterarbeiten kann und den Fahrstuhl schon langsam benutzen kann. Zum hoch und runter gehen. So. Damit... Das wird später ganz anders noch ausgehöhlt hier und schöner gemacht. So. Du darfst auch noch mitkommen. Weil mit denen kann ich auf alle Fälle Spitzhaken machen, die wohl ein bisschen länger halten. Wie? Zwei, drei. Ich glaube, das ist jetzt wieder Eisen. Ja, wunderbar. Oder? Ja, das ist sogar Eisen. Ne, das ist Kupfer. Das war Eisen. Irgendwo krapselt er auch noch rum, aber da soll uns mal gerade vorbeigehen. Und was tun wir hier rein? Den Flynn tun wir mal hier rein. Den Bogen tun wir hier rein. Und die Erde. Dann nehmen wir wieder ein bisschen Platz. Und dann können wir ganz schnell mit unserem Fahrstuhl nach oben fahren, um das Eisen, das ist zwei. Und das Eisen, das Glas. Ich glaube, jetzt habe ich doch zu viel Glas gemacht. Aber es kann nicht sein, dass wir zu viel haben. Eisen. Kopf, 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 Kopf. Wo habe ich jetzt das Eisen? Sieben. Zack. Eins. Zack. Und hierher. Sieben. Dass es schneller geht mit dem Eisen. Zack. Eins. Zack. Hier rüber. Nein, falsche Kiste. Diese Kiste hier. Da kommt das rein. Da kommt das rein. Den Green Saphir. Das ist das erste Mal, dass wir sowas haben. So. Und das sind die Rubi. Es wird Zeit, dass wir uns ein paar Kisten mehr machen. Aber um was es mir eigentlich geht, ist, dass da einen Eimer und noch mal einen Eimer fertig ist. Jetzt gehen wir schon wieder abwärts. Zu. Und los geht's. Tschau. Eins. Tief unten in das Loch. So. Wir benötigen. Hier Lava. Einmal Lava. Zweimal Lava. Dass ich mal schaue, wie das Ganze aussieht. Zweimal Lava. Weg mit der Lava. Hat mir jemand gesagt. Die sollte man nicht in der Hand tragen. So. Die erste Lava kommt hier her. Das geht nach unten. Fein. Und da machen wir jetzt gleich das, was ich vorhabe. Einmal. Hier kommt Lava. Damit uns nichts passiert. Damit uns nichts passiert. Zweimal. 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 Jetzt kommt hier oben. Das war nicht gewollt. Das war nicht gewollt. Du kommst weg. So. Das ist jetzt so gewollt. Und hier kommt. Geht es so weiter. So. Hier hinten muss ich dann jedes Mal zumachen. Zack. 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 Da haben wir ein Stückchen vergessen. Hier muss eine Fackel her. Die Kiste lassen wir mal da stehen. Trotz allem wird dieses Loch hier zu. So. Und jetzt. Ne. Da drüben noch. Das raus. Und dann muss ich schon wieder hoch. Um schon wieder. Der. So. Das kann raus. Und hier. Kommt dann Stein rein. Jo. Stein. Und hier kommt Glas nach oben. Ben. Ja. So. So würde es dann hochwärts gehen. Bis oben. Ich werde wahrscheinlich. Ein Stückchen selber wieder weiter bauen. Damit nicht die. Okay. Ich weiß es nicht. Das Problem. Ich lasse es mal so. Dass ich sage. Ja. Ihr entscheidet mit. Ob ich ein bisschen vorarbeiten soll. Dass es. Vorwärts geht. Oder. Ich möchte da eine Entscheidung in den Kommentaren mit. Von euch. Aber. Und jetzt kommt das. Aber. Ich werde. Bis zu der Entscheidung. Bis ihr diese Folge 8 zieht. Das selber mal. Ein klein bisschen. Doch noch nebenher mitmachen. Aber ich möchte eine eindeutige Entscheidung. Das heißt eigentlich nicht. Dass so zwei. Drei Leute bloß sagen. Ja. Machen wir. Es wäre schön. Wenn irgendeiner einen Kommentar schreibt. Mit. Nein. Machen wir nicht. Ihr wollt bei allem mit dabei sein. Oder aber solche Kleinigkeiten. Das heißt. Dass ich jetzt vielleicht den Fahrstuhl. Bis zur Hälfte. Jetzt fertig mache. Und dann seid ihr wieder ein Stückchen dabei. Dass ihr das mitbekommt. Das möchte ich dann gerne in den Kommentaren. Folge 8 von euch haben. Ansonsten danke ich euch. Dass ihr da wieder schön zugeschaut habt. Ciao. Ciao. Euer Olli.